Hallo Leute, hier sind wieder Mechfester 2051 und war unheimlich und wir haben es nach einer gefühlten Ewigkeit endlich mal wieder geschafft bei Sky Factory weiterzumachen. Joa, es sind über drei Wochen, glaube ich. Ja, nachdem dein Internet abgekackt ist und ich dann noch letzte Woche komplett krank war, weswegen wirklich bei mir auch gar nichts ging, kommen wir heute hoffentlich endlich nochmal dazu und haben hier irgendwie so ein lustiges Bällchen gefunden, das uns beiden neu ist. Genau, also ich habe es schon mal gesehen bei Devitor, Devitor hat sowas mal gebaut, da habe ich es gesehen, was das ist. Das ist ein Draconic Energy Core, also so ein Riesen-Energiespeicher. Ihr seht ja auch unten, wie viel Energie da drin ist. Ja, ja, 469 Milliarden Elf. Genau, die Angabe unten ist natürlich nicht sehr, glaube ich, amerikanisch, gell, hier mit Billionen. Ja, wir haben sagen Millionen, Milliarden und die sagen Billionen oder sowas. Genau, deshalb steht da 469.553 B. Okay, du wolltest irgendwas machen? Ja, ich bin beim letzten Mal bei dem komischen Karottenkuchen stehen geblieben und habe auch nicht viel, ehrlich gesagt, dazu gemacht in letzter Zeit. Habe vorhin mal ganz kurz unser ME erweitert, dass wir nochmal ein paar Assembler-Kammern haben. Die zwei sind neu, die habe ich eben kurz ausgestattet. Habe dann oben die Kisten von den Sachen, die Zutaten für den Kuchen ans ME angeschlossen und werde mal gucken, ob ich das ME das irgendwie craften lassen kann. Und ansonsten, äh, das wird einfach mir ein bisschen geknoddelt und ich glaube, dann wolltest du noch ein bisschen was erzählen. Ja, weshalb ich überhaupt nicht da war? Du hast schon angeschnitten. Ich hatte ja, ne, das wisst ihr noch gar nicht. Ich hatte Probleme mit meinem Bruder, der nach drei Jahren den Geist aufgegeben hat, dreieinhalb Jahren. Dann habe ich mir einen neuen bestellt, schön die Service-Hotline angerufen. Dann haben die mir erzählt, ja, alles gut, aber sie könnten eine bessere Leitung bekommen, einen besseren Vertrag machen. Habe ich gesagt, gut, mache ich. Doppeltes Internet, saugeil. 60.000er Leitung jetzt. So wie hier. Dann habe ich gewartet, eine Woche auf den Scheiß. Dann kam immer noch nichts. Dann habe ich nochmal angerufen. Einen anderen Typen am Telefon, da sagt er mir, ja, stimmt. Umgestellt haben wir den Vertrag, aber rausgeschickt haben wir das neue, äh, Modem nicht. Also einen neuen Router. Sehr hilfreich. Ja, ich dachte auch, ich glaube, ich höre nicht recht, hey. Haben sie mir wirklich den Vertrag umgestellt, aber eigentlich, weshalb ich angerufen habe, nämlich dem Problem, dass ich einen neuen Router brauche, das haben sie nicht in Auftrag gegeben. Total nervig. Also, und dann war ich zwei Wochen deswegen nicht da und dann, äh, äh, hatte ich arbeitstechnisch so viel zu tun, dass ich heimgekommen bin, geschlafen habe, zehn Minuten daheim war und wieder weg war. Also, da hatte ich dann auch überhaupt keine Zeit. Aber jetzt, jetzt sieht es wieder besser aus. Ich kann doch immer so einen Monat in die Zukunft blicken, was mein, was mein Dienstplan angeht. Und diesen Monat sieht es gut aus. Bisher. Hoffen wir, es bleibt. Ah, uah, scheiße. Kann man das nicht einer sagen können? Was dann? Ich hab rechts, ich hab rechtsklick auf den Creeper, die Creeper Trophy gemacht. Dann explodiert, also, der Sound und die, die Darstellung ist da nicht so. Bitte. Ähm, gut. So. Ich wollte eigentlich irgendwas letztes Mal bauen, aber ich hab keine Ahnung mehr was. Voll doof. Entschuldigung. Ah, ich könnte mal in die Arkane Lampen bauen. Ah, wofür eigentlich? Das ist so gerade ein bisschen, äh, der Knackpunkt hier, finde ich. Dass ich nicht mehr weiß, was ich so wirklich bauen soll. Ja, ich bin auch ein bisschen raus mit dem, was wir tun wollten. Ach, Energie braucht das Ding auch noch. Ach, nee. Wenn man da irgendwelche Ideen hat, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das ist eine gute Idee. Schreibt uns, was ihr wollt, dass wir euch zeigen. Ja. Ich mein, ich krieg's wahrscheinlich so, bist du nicht hin, aber ist ja egal. Dann müssen wir uns maybe, ja, nochmal als Unterstützung holen. Ja. Nein. Der freut sich eh, wenn wir zu nennen. Ja, wie immer. Ach doch, ich wollte eigentlich mal einen Towncraft in E bauen. Glaube ich. Oder? War das nicht so? Was denn? Ja, da war irgendwas. Wir hatten das überlegt. Auch, dass maybe R davon Ahnung hat und wir nicht. Kahn Assembler. Ne, genau. Das war ja, das war ja die Geschichte, dass ich überhaupt keine Ahnung hab. Ich bin immer so ahnungslos. Ich hab auch das Problem, dass ich grad nicht weiß, wie ich's bauen will, weil ich's entweder ans M-E hängen möchte oder an die Energie und beides haben wir irgendwie nirgendwo zusammen. Das ist auch irgendwie minder günstig. Ich probier jetzt einfach mal ein bisschen Rum und Mum und dann gucken wir mal, was da bei Raps kommt. Das Problem kenn ich. Dickey. 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 Ich weiß ja gar nicht. Das sieht alles so anders aus. Ich weiß gar nicht, was was ist. Essentia to Raiden Oh Gott, dafür brauche ich Essenzen? Kriege ich die hier überhaupt? Sorry, ich habe dir aber nicht gerade gerechnet Ich habe mich gerade nicht bestanden War wieder zu langsam mit dem Muten, habe ich gesagt Wegen dem Wusten, ich versuche mich zu Muten, aber es ist nicht so einfach Ich bin ja überhaupt nicht der Technik begeisterte Typ hier in Minecraft Das sieht man ja immer bei dem, was ich mache Ich will ja immer eigentlich eher irgendwas bauen Aber mit Bauen sind wir ja halt so vom Ding her eigentlich durch Ja, für irgendwas musst du mich ja auch da haben Ja Das wird in den zukünftigen Projekten dann ein bisschen anders Also für mich zumindest was bauen wird Das so in zwei bis drei Monaten stoppen soll Was ist denn geplant? Ja, das will ich jetzt noch nicht beraten Es ist eben noch in Planung Wir hatten schon mal darüber gesprochen, wenn du dich erinnerst Ich meine mich ganz grob zu erinnern Was soll ich malen? Ich baue jetzt den Cube da oben ein In Warded Glass Oder so Wenn es dich glücklich macht Nee, Warded Glass nicht Aber irgendwie würde ich da gerne was machen Warum ist der da oben? Was macht der da? Ich habe das scheiß Ding nicht gebaut Es war garantiert Shadow Völlig, völlig deplatziert Reisen wir das Ding einfach ab Scheiß auf die Energie, wir bauen sie eh nicht Wo kriegt der denn die eigentlich hin? Der musste ja irgendwie Die zapft doch bestimmt irgendwie über irgendwas ab Man kann das irgendwie transportieren Ich habe mich aber damit noch nie auseinandergesetzt Ich habe mich aber damit noch nie auseinandergesetzt Ohne der du glaube ich selber was schmelzen kannst Und die ich halt irgendwann Genutzt habe, weil die glaube ich Cheatenderweise aus einem Stack Sand, zwei Stacks Glas gemacht hat Keine Ahnung ob das Absicht ist oder nicht Ich goggle mal kurz Ähm Partikel General Is a block added by Draconic Evolution Mode It is used in Dolph Ich habe immer gemacht, dass ich zwei Fox gebaut habe Ich habe das schon getunt Oh Mann Ähm Irritierst mich gerade wahnsinnig Ähm Hier rauszufinden was der da macht Speichern Okay Sordla Ich versuche gerade irgendwie Wassereimer ins NE zu kriegen Was nicht so einfach ist Wie ich dachte Der kommt Der kommt Ein Tesserakt an Mit Energie zum Speicher Und dann noch ein Tesserakt vom Speicher Zum Keine Ahne was Ah warte mal Ich habe eine Idee wo da irgendwas sein könnte Bestimmt im Last Medellin hat er irgendwas gebaut Das hat funktioniert Yay Ich hätte ruchten War gestern kann besser Und heute ist ja wieder Fieber Nee Er hatte nichts gebaut Da stehen bloß Ähm Irgendeine komische Zahnen rum Ohne Struktur Bei mir Obsidian Error So wenn ich jetzt Buckets einfülle Werden sie zumindest bei mir schon mal zu Butter Buckets Damit sollte sich was anfangen lassen Wenn du das brauchst Immer noch für deinen komischen Kuchen Jaja das ist In einem Let's Play irgendwie scheiße zu machen Tja Tja Ähm Ich fau mal hier alles in Die Kisten Also ich nicht brauch Wo ist es da weg Ich werde mich jetzt einmal wieder aufs Bauen Konzentrieren Gar nicht am besten Ja das ist gut Ja das ist gut Ich will lege wie dieses ME Upgrade heißt Ich weiß nicht ob es das ME Interface war Was macht dieses Upgrade? Wurde eins das automatisch baut Wo ich sage ja ich brauch den Kack permanent Ja Keine Ahnung Das Letzte Mal wo ich mich damit auseinandergesetzt habe War das ME System noch anders Das war noch vor dem großen ME Umbruch Wo sie das nochmal neu gemacht haben Und deswegen bin ich total irritiert ob es das ist Ja das ist auch so bei mir so ein Teil wo ich überhaupt nicht Wo ich dann immer raus bin Wenn ich irgendwelche Änderungen bekomme Ich könnte sagen ich bin nicht flexibel Äh Eine Crafting Card oder sowas Doch gibt es Haben wir noch nicht Eine Gummige Karte und ein Work Table Machen wir Mal eine Freude Und äh Das Rezept Wird direkt aufgenommen Wie lange soll wir die Folge heute eigentlich machen? 15 Ähm 15 ist ne gute Zahl Keine Basic Cards hier drin ist unfassbar Äh 15 3 4 5 5 5 5 5 5 15 Die 15 Minuten haben wir nämlich schon fast Mh Wenn ich in beide Richtungen 15 gehe Und der mittlere Block bei beiden Richtungen sähe Dann sind es 29 richtig Ja 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 Ich hätte gucken sollen wieviel Blöcke ich brauche 29 Einer ist da sind Oh Gott Meine Mathe Skills sind auch äh Hinüber Im Moment Nein Genau Du hattest meine Mathe Skills Ja so Einfachste Zahlen Addieren Ah doch geht Ah stimmt Den gechisselten Obsidian kann man ja einfacher bauen Den normalen Wederum nicht Was ich auch nicht verfehle Ach ich hab den Craftsic Table unter Work Table gesucht Dann kann ich lange suchen Was ist wohl wahr Und eben versucht den Tisch rein zu machen statt äh das Pattern mit dem Tisch Wir hatten eindeutig ne zu lange Pause was Minecraft ist Ah so minimal sehr viel Ich sollte mal wieder mit Vanilla anfangen Mit was? Vanilla Minecraft die Basics Ah Vanilla Was? Äh nein aber trotzdem irgendwie ja Oh nein Ey du scheiß Ding du Ja Geht tot Ich wusste gar nicht dass hier auch äh Zombies entstehen können Warum sagt mir das keiner Es können auch Zombies entstehen Zum Glück baue ich aus aufs Dian Dann ist egal Dann ist egal Dann ist egal Geht tot Ich hab so ne Crafting Card drin und es geht einfach nicht weiter Ähm von was denn Ich hab noch ein paar Ich hab noch ein paar Ich weiß zwar gar nicht weshalb ich das hier jetzt so mache aber äh ich mach einfach mal Und weshalb ich hier was baue Völlig unterbrochen worden ähm Damit mal bloß noch mehr rauskommt Dann kommen Leute Kannst du mir mal helfen äh Furchtbar ähm Komm ich muss den einmal als Rezept machen und das da rein machen Ich hoffe das war's Was machst du denn? Ich versuche das dem ME beizubringen dass es uns bitte automatisch einmal herstellt Und zwar so lange bis das Fass voll ist Wie gesagt Technik Mavia wüsste jetzt wie das geht aber ich hab das glaube ich seit diesem neuen umgestellten ME nicht mehr gemacht Und stehe gerade da wie der Ochs vom Berg So Einmal Bitte sag es werden mehr Einmal Nein es werden nicht mehr Einmal Ähm Crafting Card Hmm Blocking Mode Auf Empfang Do not push crafting items in contains items Wie ist denn du das? Hm? Im Liebsdeutschturm Jo Wo denn? Ah ne Ich hätte gerne dass das Ding uns einmal macht Einzig Andere Problem was natürlich noch sein könnte Es könnte funktionieren Es könnte funktionieren Und in der Fabrik werden die Eimer dann abgesaugt Das wäre natürlich Etwas ungünstig Dann musst du nochmal die Absaugung kurz ausmachen Das habe ich schon gerade erledigt So Stimmt hier hatten wir auch noch ein Räumchen Absaugung ist aus Nur leider kommt immer noch kein Eimer da oben rein Sönnet Dämlicher Eimer Mach ich schon umständlich ohne Ende und es klappt nicht Ich habe ein MME Interface Mit einem Craft Mit einer Crafting Card In das Dass die gefährlichst einmal machen soll Aber da steht noch irgendwas mit Level Emitter So Auf der Crafting Card Dann ist nur Platz für eine Crafting Card Die kann rein in den Exportbus Ins Interface Oder in den ME Level Emitter Dort passt die Karte rein Und hier ist im Interface Da passt sie rein Das soll auch so sein Jetzt müssten da nur irgendwie verdammt nochmal Eimer gemacht werden Da waren gerade Eimer und die Eimer sind wieder weg Ich habe rechts gezählt Boah Äh Lustigerweise passt bei mir noch nicht mal die bildhafte Anzeige zu dem was dort angezeigt wird Also bei mir sind die Eimer genau zwischen den Items Jetzt zwischen den Slots Naja das liegt aber dann an deinem Dings an deinem Tech-Verpack Ja Bei mir ist denn links und rechts noch Platz Ja Rechts auch noch Trotzdem kein verdammt Eimer dahin Meine Güte Es kann doch nicht so schwer sein da 128 Eimer reinzupacken Wenn du passt ist das fast alles egal und es klappt trotzdem nicht Priorität So 1 Keine Ahnung Ja Hm Hm Ich bin sowieso überfahrt Also nicht raus oder nicht fahren Dann versuche ich es noch mit dem Exportbus Natürlich hätte ich wieder mein E eingeben müssen Kann sein dass ich dort das reinmachen muss Da war mal was Dass ich die Crafting Card brauche Ja früher ging das mit dem Exportbus einfach Zack zack So Ähm Level Emitter Setzen Only draft items while exporting 2 sind jetzt drin 3 2 Okay, es klappt, es ist nur sehr langsam. Ja, dann kannst du rechts noch Acceleration-Cards... Ja, bin ich schon dabei, das war meine... Ah, dass ich immer in dem dummen Nei suche statt im M.I., das ist echt furchtbar. Ich bin schon 320 Acceleration-Cards verbaut. So, gucken wir mal, ob es schneller geht. Ein bisschen, minimal. Minimal. Oder hast du die gerade reingelegt? Ne, ne, ich habe keine Frage, wo soll ich denn so viele Eimer herkriegen? Ne, du hattest gerade auch 20 mal im Inventar oder so. Ne, ich hatte zwei. Okay, dann funktioniert dein Ding da ja jetzt. Ein bisschen langsam, ein bisschen seltsam. 128 Stecks maximal, 16 Eimer pro Stack. Okay, auf jeden Fall geht's. Was hast du denn? Endlich. Dann kann ich nämlich jetzt rüber in die Fabrikhalle und die andere Kiste abholen. Ja, aber... Damit haben wir dann... Der verbrauche ja auch gleichzeitig wieder welche, oder? Oder hast du das noch aus? Was verbraucher? Die Eimer. Die werden hergestellt aus dem Eisen, das wir haben. Werden die Eimer zerstört bei dem Rezept? Ne, ne, so ein Eimer wird glaube ich grundsätzlich nicht zerstört. Aber wofür brauchst du denn so viele? Ich habe nur einfach keinen kleinen Container gefunden. Wahrscheinlich... Es hätte auch eine Kiste jetzt getan, aber da passen auch so viele Stacks rein. Einfach nur, dass wir irgendwo Eimer vorrätig haben. Aber für was? Für das Rezept. Aber die werden noch nicht zerstört. Moment, nicht die gestockten. Ja, die die auf Stock sind, bitte zuerst nutzen. So rum ist richtig. Sonst stellt ihr uns immer mehr Eimer her. Und je öfter wir den Kuchen machen, desto mehr Eimer haben beim MI. Jetzt brauche ich den Storage Bus. Und damit werden dann die Eimer, die wir haben... hoffentlich zu Wassereimer gefüllt. Ach, ja. So, Wassereimer. So, der da oben müsste gleich voll sein. Jetzt gehe ich nochmal die Fabrik. Geht mal. Also bei 128 müsste sie Ende sein. Ja, und dann machen wir auch Ende der Folge. Wir sind schon bei 25 Minuten. Das für ein paar blöde Wassereimer. Ja, und für ein Nichtstun von meiner Seite. So, jetzt werden die Eimer auch nochmal abgesaugt. So schnell jetzt Wasser nachkommt. Ja, 128 ist mal 16. Das ist Finitor. Und die Wassereimer füllen sich. 25, 26, 27, 28. Gut. Damit haben wir dann wenigstens im Wassereimer... Quatsch, im ME Wassereimer vorrätig. Und mit denen können wir dann endlich das verdammte Rezept craften. Meine Fresse. Das machen wir dann nächste Folge. Wobei ich immer noch nicht weiß, was du überhaupt in den Kreiskürbiskuchen gehst. Irgendwas füttern. Den Kürbiskuchen wollten wir draußen an die Pflanze verfüttern. Und die Pflanze damit automatisiert Mana herstellen lassen. Mit Botania. Gut. Hatten wir irgendeine Cakey-Vorias? Keine Ahnung. Irgendwas Lateinisches für Pflanzenfress... Für Kuchenfresspflanze, irgend sowas. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen nach... Ja wohl, vielen Dank. Schreibt in die Kommentare, was wir machen sollen. Haha. Vergesst es nicht. Haha. Genau. Wünsch euch irgendein kleines Projekt oder auch was Größeres, was sich verbauen lässt oder realisieren. Ein Luftschluss. Oder sonst was. Damit ich was zu tun habe. Wenn ihr nichts reinschreibt, stehe ich nächste Folge nur... Ne, übernächste Folge nur da und mach nichts. Haha. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut Leute. Tschüss Corona. Bis dann. Ciao. Ciao.